Fanden Sie die Einleitung anregend und konnten Sie vielleicht eine Diskussion dazu anstoßen? Es gibt sehr viele Passwords, die rund um das Thema digitale Teilhabe eine Rolle spielen. Eines davon, mit dem wir uns nun tiefergehend auseinandersetzen wollen, ist der Begriff des Digital Divide. Ich würde Sie nun bitten, damit zu Beginn sich den kurzen Infoklip der Universität Göttingen anzusehen und sich dann ein wenig mit der Lektüre auseinanderzusetzen, die wir für Sie für dieses Thema bereitgestellt haben. Das soll für Sie die Basis bilden, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Eine Kurzgeschichte aus der Sicht einer Person, die vom Digital Divide betroffen ist. Was für eine Person Sie als Basis für Ihre Geschichte zugrunde legen, bleibt Ihnen selbst überlassen. Es kann eine fiktive Person sein, es kann eine Person sein, die Sie kennen, es kann sich um Sie selbst handeln. Bitte achten Sie nur auf die Anonymität. Sie können diese Geschichte dann bitte im Forum posten und von den Reaktionen und Reflexionen der anderen profitieren. Umgekehrt bitten wir Sie darum, sich auch zwei dieser Kurzgeschichten durchzulesen und ihre Eindrücke als Kommentare zu hinterlassen. Nach dem Lesen so einer Geschichte könnten Sie zum Beispiel reflektieren, in welcher Weise diese einen Realitätsbezug hat. Und wir würden Sie bitten, diese Geschichten dann in Zusammenhang mit den Inhalten des Infoclips, den Sie sich angesehen haben, zu stellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, sowohl beim Schreiben der Geschichten als auch beim Lesen. Digital Divide. In Zeiten des Internets sollten wir alle den gleichen Zugang zu Wissen und Informationen haben. Wir müssen Infos jederzeit von überall abrufen können. Ist das aber tatsächlich so? Jalex vertritt die Idee des digitalen Divide und sagt, leider ist dies noch nicht der Fall. Der Digital Divide beschreibt eine Art digitale Spaltung, die zu einer Wissenskluft führt und so soziale Ungleichheiten erzeugt. So gibt es signifikante Unterschiede zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Stadt und Land oder dem Bildungsgrad der jeweiligen Person. Der Begriff des Digital Divide beschreibt dabei zwar auch den nationalen, aber auch internationalen Vergleich. So kann man in Europa ein klares Nord-Süd-Gefälle beobachten. Die nördlichen Länder sind meist bildungsstärker, reicher und technisch besser ausgestattet. Insbesondere im Hinblick auf Länder mit schwacher Infrastruktur gibt es häufig erschwerten Zugriff auf Computer oder Smartphones. Hinzu kommt, dass es nicht überall Internet gibt und wenn doch dann nicht immer in ausreichender Geschwindigkeit. Viel problematischer ist jedoch, dass in einigen Ländern bestimmte Inhalte zensiert werden und es nicht möglich ist, frei und offen über alles zu reden. Zugang zu Informationen ist daher oft eingeschränkt. Es gibt nicht die digitale Spaltung. Je nach Land gibt es andere Herausforderungen. Aus diesem Grund werden Wissenshierarchien zwar überall, aber nicht überall gleichmäßig abgebaut oder zum Teil sogar verstärkt.